Geteilt, doch nie getrennt, repräsentiert Kindred die Doppelnatur des Todes. Die Pfeile des Lamms versprechen all jenen ein schnelles Dahinscheiden, die ihr Schicksal akzeptieren. Der Wolf jagt die, welche vor ihrem Ende davonlaufen, und setzt mit seinem zermalmenden Kiefer einen brutalen Schlussstrich. Auch wenn die Geschichten über Kindreds Wesen in Runeterra variieren, muss jeder Sterbliche das wahre Gesicht seines Todes wählen. Kindred ist die weiße Umarmung des Nichts und die knirschenden Zähne im Dunkeln. Hirte und Schlachter, Poet und Einfallspinsel, sie sind eines und beides. An der Schwelle des Todes ist es der pochende Puls an der Kehle, der Kindred lauter als jedes Horn zur Jagd ruft. Steh aufrecht im Angesicht des Silberbogens des Lamms, dann werden dich die Pfeile schnell dahinscheiden lassen. Verweigerst du dich, wird der Wolf dich fröhlich jagen und dir gewaltsam den sicheren Tod bringen. Seit die Menschen den Tod kennen, schleicht sich Kindred durch Valoran. Es heißt, wenn die letzte Stunde geschlagen hat, entscheidet sich der wahre Demarsianer für das Lamm und den Pfeil. Die düsteren Gassen von Noxus jedoch sind eher das Revier des Wolfs. Im schneebedeckten Freljord haben manche Krieger das Ritual, vor dem Kampf den Wolf zu küssen und zu geloben, seine Jagd durch das Blut ihrer Feinde zu ehren. In der Stadt Bilgewasser versammelt man sich nach schrecklichen Ereignissen, um die Überlebenden zu feiern und jene zu ehren, die durch Lamm und Wolf den wahren Tod gefunden haben. Wer Kindred verleugnet, verleugnet den natürlichen Lauf der Dinge. Nur kläglich wenige schafften es je, diesen Jägern zu entkommen. Diese perverse Flucht bietet keine Aussicht auf Rettung, denn sie ist nichts als ein wahrgewordener Albtraum. Kindred lauert den im Untod Gefangenen der Schatteninseln auf, denn sie wissen, dass ein jeder letzten Endes des Lamms Bogen oder des Wolfs Reißzähnen erliegt. Die erste dokumentierte Begegnung mit den ewigen Jägern fand man auf zwei uralten Masken dokumentiert, die ein Unbekannter auf die Begräbnisstätten längst vergessener Menschen meißelte. Bis zum heutigen Tag werden Lamm und Wolf immer zusammen dargestellt.